Herzlich willkommen zu einem neuen Interview und heute ein ganz besonderer Gast, Michael, mein Lieber. Ich habe das Gefühl, wir monatelang, wenn nicht sogar jahrelang, auf LinkedIn umeinander rumgetingelt. Ich habe mich immer Pommes essen sehen und dachte mir, jetzt wird es mal Zeit, live diesen Typen kennenzulernen, ob das wirklich was ist oder nicht. Umso schöner ist, dass du heute hier bist. Ja, Rohre, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Klingt jetzt wie so eine Floski, aber ich meinte das so. Du siehst mich jetzt grinsen, es kommt von Herzen. Ey, und ich muss auch wirklich sagen, wir haben uns im Vorwege schon ein bisschen warm geredet. Nebenkosten, Erhöhung von Strompreisen, wir haben schon wirklich alles durchgefühlt. Es kann nur gut werden. Ja, es gibt ja ein paar Leute. Ja, schieß los. Kurz Fazit, Mieten sind teuer. Für alle, die jetzt neugierig sind, um was es da ging im Vorfeld. Wirklich, wir haben so Miet-Spiegel verglichen, Lübeck. Wo wohnst du jetzt? Köln? Karlsruhe, wir beginnen auch mit Karlsruhe. Aber nochmal so drei Stunden Autofahrt entfernt, ja. Hauptsache Bayern, ne? Ja, Hauptsache, genau, Hauptsache Bayern. Vielleicht kann man da einschalten. Ich weiß noch den ersten Tag, ich habe in Süddeutschland studiert, in der Nähe von Stuttgart, in Moosbach. Wirklich ein kleines Dorf. Sie sagen immer die absolute Elite. Und die Semester über uns haben so ein Prank gemacht, so ein Einstellungstest sozusagen, erster Tag, ne? Ob man wirklich qualifiziert ist oder nicht. Wir wussten aber nicht, dass es ein Prank ist, ne? Ja, und dann war sozusagen die Frage, was ist die Landeshauptstadt von Baden-Württemberg? Komplett blank gewesen. Ich wusste es wirklich nicht. Und dann habe ich auch, wie man es spricht, Baden-Württemberg, würde ich mit B-A-D-E-N und W-Ü-T-T-E-N-B-E-R-G geschrieben. Württemberg. Ja. Und wirklich, einer von denen hat das dann ausgewertet und meinte so, alter, hier sitzen echt Leute im Raum, die nicht mal wissen, wie man Baden-Württemberg schreibt. Und ich war so, fuck, okay, ich glaube, ich kann meine Sachen packen und kann wieder nach Hause fahren. Ja. Aber ich fand, Doppel-T warst du ja schon nah dran, weil die meisten, die ich kenne, schreiben es mit einem R und einem T. Also, mit einem R natürlich, aber... Ja. Aber das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Einen R und ein M? Doppel-T. Also, das hat, ja, das hat gar keinen Sinn gemacht. Also, ich finde, Doppel-T nach R ist ja für die deutsche Grammatik so eigentlich sowieso unmöglich. Und das ist dann schon tricky. Ja. Ey, das ist doch die perfekte Überleitung. Sind wir ja schon bei Texten, bei Wörtern richtig. Benutzen. Na, Mann, ist uns das gelungen. Du hast das echt galant eingefädelt. Oh ja, da hast du mir echt Mühe gegeben heute, ey. Das war. Für alle Leute, die dich noch nicht kennen, Michael, wie würdest du denn so das, was du tust, beschreiben? Deine eigene kleine Backstory, wie du zu dem gekommen bist, was du tust? Gib uns mal ein bisschen was. Okay, also, ich versuche, mich kurz zu halten, weil wir Texter schreiben nicht nur gern, wir reden auch sehr gerne. Ja. Nein, natürlich besteht 80 Prozent unseres Jobs im Zuhören. Mhm. Ich möchte mal einen erleben, der wirklich 80 Prozent nur zuhört. Also, by the way. So, also ich bin der Michael, genau. Auf dem Papier bin ich Werbetexter beim Finanzamt. Und man kennt mich eventuell, also vor allem, wenn man jetzt den Robert kennt von LinkedIn. Und meine Backstory ist so, ich habe ursprünglich mal im Vertrieb gelernt, Robert übrigens, weiß nicht, ob du das lustest. Oh, spannend. Ja, bei einem ganz großen Versicherer aus Deutschland und ich war im Außendienst sogar. Ja, ja. Und da war ich offenbar nicht so gut geeignet für, sonst wäre ich das heute noch und habe mich dann relativ schnell umorientiert, habe dann BWL studiert, wie man das macht, wenn man exotisch unterwegs sein will mit Schwerpunkt Marketing. Das Ganze dual in einem Unternehmen, war total cool. Im Online-Marketing dann gelernt quasi und dort ganz schnell mein Steckenpferd, Thema Texten gefunden. Das ist so die Kurzstory, wie ich zum Texten kam. An welcher Hochschule warst du? In der Berufsschule B4 in Nürnberg. Ach, crazy. Da gibt es auch so ein duales System, oder was? Ach so, nein. Das war die TH Nürnberg, wo ich dann dual studiert habe. Die technische, wofür steht eigentlich das H? Hochschule. Ach ja, genau. Für Gefahr. Technische Gefahr. Witzig. Ja, cool. Ja, und ja, dann habe ich durch, das war in Nürnberg, so und dann bin ich nach Karlsruhe gezogen, gemeinsam mit meiner Frau und unserem Sohn damals und habe mich umorientiert, also jobmäßig und da war ich dann nicht so zufrieden mit meinem Arbeitgeber und so bin ich selbstständig geworden. Dachte, aha, jetzt mache ich es mal klug, mein Schwager hat mich damals die ganze Zeit genervt, ich soll unbedingt mit LinkedIn anfangen. Ich konnte mit der Plattform aber gar nichts, also wirklich, ich war so weit von der entfernt, echt von hier bis zum Mond und 20 Mal hin und zurück und dann nochmal und habe es dann trotzdem gemacht und dachte, okay, aber wenn ich das mache, dann so nach meinen eigenen Spielregeln in Anführungsstrichen, ich will da Spaß dabei haben, habe mich dann nicht so ernst genommen, habe Slideshows gemacht mit Katzen, also so bearbeitet die Slideshows, das war dann Universum mit Katzen drauf und die sind dann rumgeflogen und eine Pizza und Laser aus den Augen und habe da Texttipps gegeben. Und mein Anspruch war, dass jemand mal auf mich zukommt und sagt, dich Idioten hätten wir gerne bei uns im Unternehmen. Irgendwie, du bist total crazy und crazy genug für uns. Wir brauchen einen Texter, der so tickt wie du. Das ist aber gar nicht passiert. Stattdessen kamen Anfragen von Leuten, die gesagt haben, Texte für uns als Unternehmen, bitte aber als Freelancer. Und Outdoorfreaks damals war dann quasi mein erster Kunde. Von denen hatte ich eine Bambuszahnbürste im Zahnputzbecher stehen und als da die Anfrage kam, dachte ich mir, okay, jetzt wäre ich echt schön blöd, wenn ich es nicht tue. War nämlich damals eigentlich gar nicht kopfmäßig bereit für die Selbstständigkeit. Hatte mega viel Schiss, so dachte irgendwie, einmal ein Euro zu wenig Steuer gezahlt, man landet im Knast. Genau so ein Typ bin ich eigentlich. Direkt Knast. Direkt Knast. Und dachte aber, dann wage ich den Sprung. Und ja, heute bin ich hier. Ich bin vollzeitselbstständiger Texter jetzt seit fast zwei Jahren. Ein Glückwunsch erstmal dazu. Danke. Ja, danke. Zu stechen und irgendwie Sachen anders zu machen, als das, was alle irgendwie tun. Und ich glaube, das ist dir ja vom Tag eins extrem gut gelungen. Danke, wenn du das so siehst. Also ich kann mich jetzt aktuell nicht beklagen. Ich fand immer den Grad zwischen herausstechen und dann irgendwie den Klassenclown-Mime, den fand ich immer sehr schmal, weil ich wollte eben nicht der Klassenclown sein. Und ich glaube, das ist das Coole auf LinkedIn, dass man relativ cool so ein ganzheitliches Bild von sich zeichnen kann, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, dass die Leute schon die Chance kriegen, dich kennenzulernen. Kennenzulernen. Warum? Weil du ja auch die Chance hast und das unterschätzen voll viele. Du kannst ja bei anderen Leuten kommentieren, voll magisch. Und je nach Thema, es bietet sich in der Regel nicht an, alles aus einem lustigen Blickwinkel zu betrachten und dann auch entsprechend zu kommentieren. Sondern es gibt halt auch ernste Themen auf LinkedIn und die kommentiert man natürlich entsprechend, wenn nicht der eigene Content auch mal ernst ist. Und da kannst du den Leuten schon eine Chance geben, dich wirklich, so wie es halt im Internet dann möglich ist, auf die Distanz, dich kennenzulernen. Das fand ich ganz charmant. Finde ich auf anderen sozialen Medien schwieriger. Weiß nicht, wie dir das geht, wie du das siehst. Ich muss auch wirklich sagen, also zum einen an dieser Stelle Grüße auch von Farina hier von mir zu Hause. Großer Fan selber von deiner Arbeit. Und ich glaube, die auch immer diesen schmalen Grat, den du gerade beschrieben hast, versucht hinzubekommen. Zum einen die professionelle Seite zu zeigen, aber ich glaube, sie will auch schon regelmäßig der Klassenclown sein. Also ich glaube, das Tor hat sie für sich geöffnet. Vielleicht ist man es ja auch. Also wenn man wirklich 90 Prozent seiner Zeit nur am Gags machen ist und immer am Rumlachen und das quasi dieses authentische Ich ist, dann zeigen. Unbedingt so. Ja. Und das muss ich am Ende auch, und das hast du gerade cool beschrieben und auch ihr groß anschätzen, dass ich auf anderen Plattformen immer die Schwierigkeit hatte, irgendwie diese Dreidimensionalität irgendwie rüberzubringen. Also wenn ich nur zurückbringe, irgendwie zurückdenke, irgendwie bei Instagram oder so mit Bildern oder so, konnte ich nie was anfangen. Habe ich nie verstanden. Eine Plattform habe ich wirklich nie verstanden. Dann irgendwie, was gab es? Facebook, das liegt irgendwie so weit zurück. Wüsste ich nicht mal, wie das irgendwie funktioniert. Hast du überhaupt noch einen Account? Also so ein Privat? Ich habe den neulich, so habe ich alle Fotos und Videos von mir gelöscht. Und ich habe da reingeguckt und dachte mir so, Alter, ja, das darfst du ja wirklich niemandem zeigen. Und ich habe das Gefühl, bei YouTube gibt es die Chance, ein bisschen mehr Persönlichkeit zu zeigen. Das große Problem ist das wirklich sehr, ich habe das Gefühl, man ist sehr algorithmusgetrieben bei YouTube. Also es ist so tough, überhaupt Aufmerksamkeit zu bekommen. Und dann ist halt wirklich das neueste AI-Tool für LinkedIn schlägt halt immer irgendwie eine große persönliche Anekdote oder so. Und das ist so schade. Ich habe das Gefühl, bei LinkedIn ist halt das Coole, dass diese Storytelling-Frameworks und so, und da bin ich auch gespannt, mit dir das ein bisschen so zu diskutieren, dass das so krass belohnt wird und gut funktioniert. Und dass dieses dreidimensionale Leute wirklich kennenzulernen, echt irgendwie gut funktioniert. Und da macht es dann halt plötzlich Spaß. Ja. Punkt. Nächste hinzufügen. Amen. Ja. Hey, was ja wirklich, womit ich dich auch immer assoziiere, ist der gute Ananas-Boy, ne? Entstehungsgeschichte, Hintergrund, Bedeutung. Ich glaube, das ist so total die langweilige Story. Ich könnte jetzt hier mit Mega-Storytelling auftrumpfen, aber die Geschichte ist, ich habe damals, also Storytelling war schon immer so mein Deckmantel, unter dem ich als Texter unterwegs bin, weil mein Anspruch an die Texte halt dieses Emotionale ist, was Storytelling eben mit sich bringt. Egal, ob es eine Headline ist oder also Long-Copy, Short-Copy, wie man so schön sagt im Fachjargon, wie die coolen Kids sagen. Die Ananas. Ich hatte im Banner auf LinkedIn eine echte Ananas, die war so angedeutet, da hast du dann so die Krone gesehen von der Ananas. Und der Slogan von mir war damals saftiges Storytelling und dann noch mit einer Subline. Und das war halt total generisch. Und meine Schwester ist glücklicherweise Illustratorin. Und dann bin ich zu ihr und habe gesagt, ich hätte gerne, ja, hier die Ananas bietet sich an, die ist gerade in meinem Banner, die hätte ich gerne illustriert als kleine Figur, möglichst einfach, vielleicht so wie ein Super Mario oder was man halt so kennt. Also es muss leicht reproduzierbar sein. Ja, das ist natürlich ein cooler Vergleich. Ja. Und dann Wiedererkennungswerte haben. Und dann gab es einen ersten Draft. Das ist er dann nicht geworden. Den habe ich sogar noch. Und der zweite Draft, also der zweite Entwurf von ihr, der war es dann. Das war dann der Ananas-Boy. Das ist der allererste, den ich auch jemals dann in der Slideshow verwendet habe. Ja. Und der turnt einfach durch dein Content durch und ist einfach immer da. Aber der turnt da durch. Und die Motivation dahinter war, von mir zu sagen, damals war es plötzlich total schnell in, und ist auch heute ja noch voll in, Stockfotos für die Carousals zu nehmen. Und auch dann die Personen von Stockfotos auszuschneiden und auf einen einfarbigen Hintergrund zu klatschen und so. Ach, stimmt. Ja, ja, ja. Und damit eine Geschichte zu erzählen in diesen Slideshows. Und ich wollte das auch, aber halt mit einer eigenen Figur und nicht mehr mit Stockfotos. Weil ich habe ja da die Katzen und so verwendet, habe ich ja erzählt. Ich brauchte was ähnlich Albernes, aber halt was Eigenes. Ja. Was ist die Story dazu? Ein Geniestreich wirklich, ne? Weil es, glaube ich, auch solche kleinen Gags sind, die wirklich bei den Leuten dann in Erinnerung bleiben, ne? Weil ich glaube, ich könnte jemandem erzählen, ich weiß gar nicht, ob das so gelaufen ist. Ich könnte mir vorstellen, dass ich von mir gesagt habe, hey, heute interviewe ich Michael. Und sie so, was für ein Michael. Und dann meinte ich, glaube ich, der mit den Ananas, ne? Und sie so, ah, ja, ja, grüß den mal, ne? Und das ist so witzig. Und ich glaube, das erklärt auch, warum manche Menschen irgendwie rote Stirnbänder tragen, ne? Ja. Weil wir Menschen, glaube ich, so einfach sind, solche Sachen uns irgendwie zu merken, ne? Ja. Aber wenn man das nicht hat, dann ist halt unglaublich schwierig, in Erinnerung zu bleiben, ne? Äh, vollkommen richtig. Also da habe ich wirklich Glück gehabt, muss man wirklich sagen. Und ich habe später erst erfahren, dass die Ananas ein Zeichen ist unter Swingern, so ein Geheimzeichen anscheinend. Ernst? Ja, das soll so ein Erkennungszeichen sein, wenn man die trägt. Finde ich auch total spannend, weil, keine Ahnung, wie viele Hawaii-Hemden mit Ananas drauf und so gibt es. Also die sind ja 100 Prozent nicht alle Swinger, aber ich wurde tatsächlich schon oft, du wirst lachen, so zwischen den Zeilen konnte man rauslesen. Die Leute waren schon daran interessiert, ob ich so einer bin. Und ich will denen jetzt aber nicht unterstellen, ob die das aus Eigeninteresse gefragt haben. Aber das war schon so, genau. Und danach haben die da was von denen gehört oder so. Und die haben auch nie bei mir geliked oder kommentiert. Die wollten nur das wissen von mir, ja? Ich habe das Gefühl, so eine Portion Sex irgendwie im Branding und im Auftritt zu haben, das ist immer smart. Und wenn du dann doch durch Zufall darüber sozusagen gestolpert bist, ist ja perfekt. Alles richtig gemacht. Oh Mann. Aber das ist schlimm, die Ananas, die ist ja so gefühlt fünf oder sechs Jahre alt, so wie die gezeichnet ist, ne? Ja. Okay, jetzt driften wir in Richtung, wo wir aufpassen. Genau. Michael, was mich interessiert ist, und das war so ein bisschen, da würde ich gerne in die Tiefe springen, dieser Moment, wo du gesagt hast, ich könnte mir vorstellen, wirklich Text da beruflich zu machen und mich auch selbstständig damit zu machen. Weil ich weiß es noch, auch gerade bei Farina, diese Situation so, ja, die konnte Texte schreiben. Aber so ein Kumpel musste sie dann sozusagen das erste Mal beauftragen und sagen so, ey, jetzt schreib doch mal einen Text für mich und stell mir doch mal eine Rechnung. Und bei ihr war das aber immer so, so schreiben kann ja irgendwie jeder. Ja, also irgendwann so zu realisieren, okay, vielleicht ist man dann doch ein bisschen besser als alle anderen oder vielleicht hat man dann doch eine Gabe. Gab es da so einen Moment oder so oder wie ist das entstanden? Ja, also ich texte schon relativ lange. Also ich habe ganz früh wirklich schon so mit 15, 16 gemerkt, dass mir Texten, Geschichten schreiben, total viel Bock macht. Habe da Kurzgeschichten geschrieben, habe auch zum Beispiel meine Schwester, die hat sich damals bei einem Unternehmen beworben, habe da so ein Motivationsschreiben geschrieben. Aber in meinem Stil, also Spoiler, wurde nie verwendet. Natürlich nicht, ja. Natürlich nicht. Habe ich heute noch auf meiner Harddrive liegen. Ist sehr, sehr, sehr wirklich sehr, sehr lustig. Ich finde es heute noch total lustig. Würde ich heute noch fast genauso schreiben. Weihnachten könnte man das immer wieder auspacken oder so, ne? Ja, muss ich mal machen, wirklich auf, muss ich mal wirklich auf einer Weihnachtsfeier machen, auf einer privaten, weil meine Schwester kommt da nicht gut weg. Nicht, weil ich sie nicht mochte, sondern weil das halt mein Stil war. Ja, aber klar, wenn so ein Unternehmen hätte das natürlich nicht einschätzen können. Long Story Short hat mir immer Spaß gemacht. Und das, was Farina da gefühlt hat oder ihr Problem mit diesem, ja, das kann ja jeder, das kann ich komplett bestätigen. Dadurch, dass du das ja nicht lernst oder auch keinen Maßstab hast. Also Beispiel, als Programmierer, Programmiererin, du machst was, eine Software, die funktioniert dann oder nicht. Das ist schon mal so der erste Maßstab. Läuft das Move, hast du da irgendwelche Bugs. So, daran kannst du dich schon mal messen. Als Texter oder Texterin ist so das Problem, du bräuchtest theoretisch Unternehmen, die wirklich tracken, um messbar zu machen, wie gut dann am Ende deine Texte waren. Das tun tatsächlich in der Praxis die wenigsten. Machen einfach die wenigsten oder sie halten dich auch nicht im Loop. Und ich meine, wenn dann der Job erledigt ist, dann sollen wir dann den Texter noch im Loop halten. Also wenn du nicht gerade einen Retailer oder so mit einem Unternehmen hast und eine langfristige Zusammenarbeit, dann kriegst du das auch gar nicht mit, wie gut deine Texte performen am Ende. Das ist so ein Problem. Und dann kann man auch nicht messen, wie gut bin ich eigentlich, weil das dann eher so eine Bauchsache ist. Und dann kickt für viele dieses Imposter-Syndrom einfach rein, die dann sagen, bin ich wirklich gut genug. Das andere ist, und das war vielleicht so der Moment, wo ich gemerkt habe, könnte ich wirklich machen. Also ich habe ja im Online-Marketing gearbeitet ganz lang. Und da hat man einfach mit vielen schlechten Texten zu tun. Und man merkt, mit was für einfachen Hebel man Texte schon viel geiler machen kann. Das ist oft wirklich keine große Kunst. Aber, und das ist ein ganz, ganz großes Aber, und das ist eben wie mit ganz vielen Dingen so. Das brauchst du auch als Designer, Designerin oder als Coach. Das brauchst du als Trainer von einer Mannschaft. Völlig egal. Es sind dann wirklich diese letzten 20 Prozent, für die du so ein Gefühl brauchst. Du musst die auch sehen können und verstehen können. Da gehört, weiß ich nicht, gehört da eine gesunde Portion Empathie, Vorstellungsvermögen, Kreativität, vielleicht auch Mut. Selbstvertrauen habe ich auch gemerkt. Also ich habe mit ganz vielen Texterinnen und Textern zusammengearbeitet, die sehr, sehr, die hatten einfach kein Selbstbewusstsein. Und das hat man dann auch in den Texten gemerkt. Ja. Da hat was gefehlt, um sich abzuheben. Und damit meine ich jetzt aber nicht, weil das machen auch ganz viele, ein Gag nach dem anderen rauszufeuern zum Beispiel in den Text. Das ist zum Beispiel auch Kacke, wenn man versucht, so zwanghaft ständig lustig zu sein und damit sich hervorzuheben. Das ist auch nicht die Lösung. Ich glaube, es ist am Ende auch immer viel unbewusste Kompetenz irgendwann. Wenn man ein Thema sehr lange macht, ich werde das nie vergessen, ich war irgendwie vor zwei oder drei Jahren das erste Mal Skifahren. Und mein Schwiegervater meinte so, ja, Robert, stell dich nicht so an, wir fahren jetzt auf die Piste und los geht's. Ich bin gestorben. Ich bin halt wirklich gestorben. Blaue Piste dann? Es war wirklich das harmloseste, aber es war einfach brechend voll. Und wenn du wirklich noch nie Ski gefahren bist und so von Horror-Stories links und rechts überall gehört hast, dein Chef, der sich das Knie verdreht hat und all solche Sachen, das lernt man nicht mal eben. Also ich habe dann die Dinge abgeschnallt, bin runtergegangen und habe mit den Kindern irgendwie auf dem Zauberteppich geübt. Aber natürlich ist man als Profi so, ey, stell dich nicht so an und das ist hier einfach total einfach. Und ich glaube, diese unbewusste Kompetenz ist, glaube ich, das auch immer, was man sozusagen dann als Profi über die Jahre gelernt hat, was man aber nicht von jemandem erwarten kann. Aber das, was du sagst, sehe ich auch häufig, witzigerweise so bei Farinas Texten, dass sie auch immer so ein bisschen, wenn ich sage, drüber sind, aber so jedes Mal kitzeln, glaube ich auch, wenn sie sie postet. Weil immer so ein Winkel so ist, so, ah, das kann ein bisschen anecken, das kann aber auch genial aufgehen. Und ich glaube, das muss man sich mit dem Selbstbewusstsein dann am Ende auch irgendwie trauen, so, hey, ich gehe irgendwie einen Schritt weiter und ich finde irgendwie was, was nicht in der Box ist, ohne anzuecken. Ja, und das ist auch, wenn man Faustregeln bei Texttipps, finde ich zum Beispiel immer komplett schwierig. Wenn ich aber eine Faustregel mit auf den Weg geben dürfte oder so einen Tipp, dann gerade für LinkedIn-Texte, wenn, und das ist ganz wichtig, wenn man das Gefühl hat, es tut sich nichts, also die Leute lesen vielleicht nicht oder irgendwas passt nicht, die Reichweite ist nicht so wie erhofft oder ist auch nach einem Jahr posten immer noch die gleiche Reichweite, kein Zuwachs an Leuten, die mitlesen und so. Dann ist ein mulmiges Bauchgefühl, bevor man den Post abschickt, ein mulmiges Bauchgefühl und damit meine ich wirklich jetzt nur ein mulmiges und nicht so, oh, fuck, hier ziehe ich komplett blank. Dann ist das ein guter Indikator dafür, dass du ja gerade was veränderst und egal, ob dieser Change, den du da machst, ob der dann gut oder schlecht ist am Ende, aber du versuchst mal was anderes und du gehst aus deiner Komfortzone raus. Genau dieser Schritt ist oft der wichtigste. Auch dann heißt es noch probieren. Ja, ich probiere auch jeden Tag, ich poste nicht jeden Tag, aber bei meinen Kunden probiere ich auch oft jeden Tag und die sind damit aber auch fein und das muss man sich, glaube ich, trauen. Ja, und ich glaube auch, dass wirklich dieses mulmige Gefühl einfach Wachstum ist und dass man wirklich sagt, ey, das gehört dazu und wenn ich mich jedes Mal irgendwie trittsicher fühle bei jedem Text, dann weiß man schon, da verpasst man irgendwie eine Chance. Ja, ja, jetzt bin ich ja total gespannt auf deine Antwort. Große Diskussion hier zu Hause immer. Farina predigt mir das auch immer, Robert, du musst emotionalere Texte schreiben. Und ich glaube, ich bin ein sehr analytischer Mensch und wenn ich so ein Konzept irgendwie gegriffen habe, dann ist es auch ein leichtes für mich. Aber ich habe das Gefühl, sie hat sich bisher immer ein bisschen schwer getan zu erklären, was emotionale Texte sind, beziehungsweise so, wie könnte man es jemandem erklären, der vielleicht null empathisch ist, was er sozusagen schreiben würde. Was würdest du sagen, wie kriegt man einen emotionalen Text hin? Ich glaube, emotional ist ein Text, also ich kann erst mal verstehen, warum, sonst vielleicht ganz wichtig, also Farina, wissen die Leute in der Regel, wer Farina ist, weil du die ganze Zeit schon verpasst. Ja, wenn nicht, dann wird sie verlinkt. Schreibt sie in die Kommentare, ob ihr wisst, wer Farina ist. Also, ich kann Farina komplett verstehen, dass es vielleicht auch schwierig ist, das zu handeln, weil jeder anders aufnahmefähig ist. Und ich glaube mal, wenn wir jetzt von einem komplett empathielosen Menschen sprechen, der wird auch nie verstehen, war das jetzt ein Text mit Emotionen oder nicht. Wahrscheinlich. Wenn man es ihm jetzt erklären müsste, dann würde, ja, schwierig, ne? Kann man das überhaupt, einem empathielosen Menschen, das erklären? Ja. Meinst du? Es wäre spannend, es wäre super spannend, weil ich habe das Gefühl, ich tue mir da heute, ich glaube, ich bin so ein Huhn, was da ab und zu mal in Treffer landet, ne? Ein blindes Huhn, was da irgendwie ein Korn irgendwie trifft, ne? Ja, aber ich würde es halt unglaublich gerne auch zum Beispiel unseren Kunden beibringen, weil ich habe das Gefühl, viele sind so fachlich und so rational unterwegs und ich lese die Texte und denke mir so, boah, ist das irgendwie schnarchig, ne? Ja, ich weiß, was du meinst. Da gibt es niemanden, ne? Es gibt einen begnadeten Copywriter, der hat, ich glaube, das war irgendwann in den 80ern oder so, mal runtergebrochen auf Basis der, ich denke, dass es die Pavlovische Pyramide war, die Bedürfnispyramide, die wir alle kennen oder viele kennen. Was Kauftrigger sind und die sind alle emotional, also er sagt, wir kaufen alle emotional, ne? Egal, wenn du denkst, deine Kaufentscheidung war rational, sie war emotional und wenn ich mir das so vorstellen müsste als Gleichnis, mein Vater zum Beispiel, der ein begnadeter Handwerker ist, der steht im Baumarkt und vergleicht zwei Baumaschinen miteinander. Ich kenne mich jetzt gar nicht aus mit Bohrmaschinen, das ist auch, könnte ich jetzt komplett mich blamieren gleich, wenn ich jetzt hier irgendetwas fahre, ein Versuchobjekt. Schlechte Wahl, Michael Otto, egal, ich ziehe es jetzt durch und der vergleicht dann irgendwie eine Bosch und eine, ja siehst du, da geht es schon los, Makita, ist das diese Mal? Ja, Makita könnte was sein. Okay, sehr gut. Und dann hat die, weiß ich nicht, die Makita vielleicht ein besseres Drehmoment oder so als die Bosch und sagt, jo, dann nehme ich halt die Makita, weil auf dem Papier ist die besser. So, dann könnte man jetzt sagen, das war eine rationale Entscheidung, worüber sich mein Vater aber keine Gedanken macht beim Kauf ist, dass er die Bohrmaschine vielleicht kaufen will, weil der Makita-Koffer so cool ist, weil er beim Nachhause tragen, ihn die Leute damit sehen vielleicht, weil er daheim eine Familie hat und es ist ihm wichtig, dass wenn er schon Löcher in die Wand bohrt, dass dann da nicht der ganze Putz ihm entgegen geflogen kommt. Und es sind ja die eigenen vier Wände, man will sich ja wohlfühlen. Das alles sind dann diese emotionalen Schicker dahinter, dass man nicht zweimal bohren muss, dass einmal bohren reicht oder wie auch immer, oder dass es so fein ist, dass nichts wegsplittert und keine Ahnung, was da noch dahinter steckt. Das sind dann diese emotionalen Schicker, die dann eben nicht mehr rational sind. Und der Bob Blei, der hat ganz viele dieser Schicker zusammengefasst und ich denke, dass diese emotionalen Schicker, und da gehört eben sowas dazu wie, man will gemocht werden einfach. Also warum kaufe ich mir denn, ganz banales Beispiel, ich kaufe ja meine Klamotten nicht zufällig ein. Ich kaufe die ein, weil die meinen Geschmack treffen, weil ich dahinter stehe, weil die mir gefallen, weil ich aber auch hoffe, und das wäre gelogen und das glaube ich niemandem, dass es jemandem scheißegal ist, was andere über einen denken. Das glaube ich niemandem, der das sagt. Ich glaube, jeden schickert das ein bisschen. Und ich hoffe natürlich, dass die Sachen, die ich trage, irgendwie auch anderen Leuten gefallen. Natürlich nicht jedem. Und ich bin auch fein damit, dass jemand, der so ein Metal hat, sag ich jetzt mal, der dann mit meinem Kleidungsphänix anfangen kann, weil es ist okay, ganz andere Welt für mich, ganz andere Bubble. Aber jemand, wo ich denke, der wäre so nah an mir dran und an meiner Welt, da könnte mich das schon mitnehmen, wenn die Person mich auseinander nimmt und sagt so, guck dich mal an, du schaust aus wie ein Clown. Das würde was mit mir machen, natürlich, vor allem, wenn es eine fremde Person zu mir sagt. So, long story short, diese Trigger, gemocht werden, geschätzt werden, sich klüger fühlen, besser fühlen, gut drauf sein, dass einem nicht langweilig ist. Man will die Beförderung kriegen, was auch immer. All diese Trigger zum Kauf sind in meinen Augen auch Konsum, also in Form von Content Trigger. Also wenn ich mir etwas auf LinkedIn durchlese zum Beispiel, dann will ich da selber was für mich mitnehmen. Niemand liest einen Text auf LinkedIn, nur weil er ein Gutmensch ist. Auf keinen Fall. Genau. Wir erhoffen uns alle etwas Persönliches. Und wenn die Headline, du hast vorhin Storytelling-Frameworks erwähnt, zum Beispiel lautet, mit diesen drei Tipps schaffst du es das. Das ist ja schon ein Framework, das ist ja schon ein Rahmen, ein Stil, mit dem man einen LinkedIn-Post klassischerweise aufbauen kann. Dann will ich ja was wissen, weil ich ein persönliches Interesse genau an diesem Thema habe, mit drei Tipps irgendwas zu schaffen. Wie schaffe ich es, meine besseren Pommes auf dem Teller zu zaubern oder so. Wegzuatmen. Genau. Wie schaffe ich es, am Tag ein Kilo Pommes zu essen, ohne zuzunehmen? Da wäre ja, das wäre von großem Interesse meinerseits, zum Beispiel so ein Thema. Warum postet das mal nicht einer da draußen, frage ich mich gerade. Würde ich mich sehr freuen. Eure Chance. Wo seid ihr? Aber das, weißt du noch, wie der Copywriter heißt, der das zusammengetragen hat? Weil diese Verknüpfung zwischen der Maslow'schen Bedürfnispyramide und sozusagen Copywriting habe ich noch nie gehört. Und das hört sich wahnsinnig smart an. Bob Blei hieß der. Bob Blei. Perfekt. Bob Blei. Ja, da werde ich mal reinspringen, weil ich gebe dir hundertprozentig recht. Und ich glaube, wenn man das irgendwie beigebracht bekommt, so ein bisschen, es erinnert mich so ein bisschen an die Anekdote, dass, glaube ich, Steve Jobs irgendwann geknackt hat, dass er das iPhone nur hochpreisig verkaufen kann, wenn er an Status das Ganze adressiert. Und dadurch auch sozusagen die Idee von den Apple Stores kam, weil er gesehen hat, dass alle Luxusmarken in den besten Lagen Läden haben und dann Apple gesagt hat, hey, wir brauchen auch Läden und dann ist es plötzlich ein Luxusprodukt wurde und sie irrationale Preise verlangen konnten. Und das zeigt ja auch, dass es da nochmal so eine Marketing- oder Textdimension gibt, die irgendwie komplett irrational unterwegs ist oder emotional. Ja, und ich finde, das ist jetzt voll der spannende Punkt, den du gerade ansprichst, weil wenn wir uns auf LinkedIn bewegen und Thema Emotionalität und ich habe deine Frage jetzt zwar nicht direkt beantwortet, aber die kurze Antwort wäre mit der langen Ausführung wäre, einen diesen Trigger zu adressieren, ein Thema aufzugreifen, das quasi diese emotionalen Trigger befriedigt. Und wenn wir jetzt auf LinkedIn zurückkommen und Thema hochpreisig, das finde ich total spannend nämlich, weil bei einem Produkt finde ich es noch viel schwieriger wie einem Handy, da muss ja extrem gutes Marketing und eine krasse Emotionalisierung stattfinden, dass die Leute bereit sind, diesen Preis zu zahlen. Und auf LinkedIn, sage ich mal, als Dienstleister, und da gehörst du ja auch dazu, hast du den ganz großen Vorteil, wenn du dich als Person dort positionierst und da gehören emotionale Texte dann unbedingt dazu. Weil die Leute, wenn die Leute auf mich zukommen als Texter, die kaufen nicht nur den Text auf dem Papier. Ich merke das nämlich, ob eine Anfrage über Google kommt oder die Leute mich über LinkedIn gefunden haben, merke ich sofort an der Auftragsbeschreibung in meinem Kontaktformular. Ja, da ist so ein Feld, da können die eintragen, was braucht ihr von mir? Und ich merke sofort, kommen die von Google oder von LinkedIn? Einmal ist Jo Michi und das andere Mal ist Hallo Herr Otto. Du, ich habe jetzt von einer Stadt, von einer Kommune, ich sage jetzt nicht welche, letzte Woche eine Angebotsaufforderung bekommen. Ich habe sowas noch nie gelesen. Hiermit, und dann wirklich, das war der Betreff. Und ich dachte, fuck, ich habe nur Aufforderungen gelesen und ich wurde letztes Jahr mal abgemahnt von einer Marketingagentur. Und da war der Betreff ähnlich. Und ich lese nur so dieses Aufforderungen und denke so, fuck, hat mich schon wieder jemand abgemahnt. Geh dann rein in die E-Mail und es wurde nicht besser. Dann steht da in der ersten Zeile, hiermit fordern wir sie auf. Fuck. Ja, und ich dachte, fuck, wirklich. Und lese dann weiter und es ging um Angebot. Das habe ich auch wirklich noch nie gehört. Ja, so. Wie kam ich jetzt drauf? Wie kam ich jetzt auf die Angebotsaufforderung? Jedenfalls egal. Gute Frage, wie wir den Boden gefunden haben. Ist egal. Ich komme wieder zurück zum Punkt Dienstleister, du und ich. Die Leute, wenn sie uns jetzt, ja jetzt weiß ich wieder, wenn sie uns buchen, dann wollen die ja auch so ein Stück von uns. Die wollen ja mit uns, weil der Charakter passt, die Vibes passen, die Wellenlänge. Wenn die nicht stimmt, dann sind wir die Falschen für die Leute. Egal, wie gut unsere Texte sind oder unsere Beratung. Es ist völlig egal am Ende des Tages. Wir können auch nur so gut beraten wie wir oder unterstützen, wie wir uns für den Kunden anverstehen. Und LinkedIn bietet da eben die perfekte Möglichkeit, uns auch so zu positionieren. Und du kannst einfach schlichtweg auch, weil die Auftragslage es dir so vorgibt, andere Preise machen, wenn viele Leute dich über LinkedIn anfragen. Du musst sogar. Du musst. Also rein aus wirtschaftlicher Perspektive betrachtet. Und wenn die Leute aber nur über LinkedIn über Google kämen zum Beispiel, nur über Google und dann auch nur den Preis vergleichen, dann hast du halt natürlich, wenn dann nur der Preis die Rolle spielt, dann hast du eine andere Ausgangslage. Und das Thema Hochwertigkeit, auf LinkedIn hast du eben genau diese Chance, du bist in Anführungsstrichen das Produkt tatsächlich als Dienstleister und nicht deine Texte selber in dem Moment. Und je nachdem, wie du dich da positionierst und wie emotional du das schaffst über deine Texte oder deine Videos, die ja auch nur einem Skript folgen, sage ich jetzt mal, zumindest so Pi mal Daumen einem Skript, je nachdem, wie emotional du das schaffst, die aufzubauen, umso mehr wird das dazu beitragen, dass die Leute dich am Ende als Dienstleister oder Dienstleisterin auch haben wollen. Hättest du nicht schöner sagen können. Also witzigerweise war es, glaube ich, auch in den letzten fünf, sechs, sieben Jahre, irgendwie so lange es Leaders Media schon gibt, irgendwie immer mein Erfolgsgeheimnis, auch meine Persönlichkeit zu hebeln ein Stück weit und einfach auch zu zeigen. Also ich glaube, die fachliche Dimension hat jeder mal schnell irgendwie verstanden. Ich glaube, da kann man immer noch mal irgendwie Sachen zeigen, die jemand noch nicht gesehen hat. Aber die Persönlichkeit, wie du gerade sagst, ist das, was ich als, was weiß ich, als Selbstständiger, als Gründer oder auch als Geschäftsführer irgendwie einzigartig macht. Und das ist so verrückt, weil ich habe das Gefühl, dieses Konzept gerade in der B2B-Welt immer noch so skeptisch beäugt wird, so ob ich jetzt wirklich auf der anderen Seite einen Einkäufer oder einen Geschäftsführer überzeuge, wenn ich darüber rede, dass ich gerne in meiner Freizeit Motocross fahre. Glaube ich nicht. Und ich denke mir immer so, auf jeden Fall. Ja, genau. Ich würde sagen, jedes Mal auf jeden Fall. Weil du kommst aus einem Winkel, wo kein anderer kommt. Du bist vielleicht die 30. Social Recruiting Agentur, die es da draußen gibt. Aber du bist irgendwie der verrückte Gründer, der in seiner Freizeit gerne Fallschirmspringen geht. Und einer der Interessenten geht auch gerne Fallschirmspringen. Oder willst du es das erste Mal in seinem Leben machen und schon bist du durch die Tür. Und ich habe das Gefühl, dieses Konzept ist irgendwie, ich habe dem Kind noch keinen Namen gegeben, aber irgendwie würde ich dem gerne mal einen Namen geben, weil ich habe das Gefühl, so ein bisschen hatte Social Selling irgendwie schon angerissen. Muss aber auch sagen, dass ich so ein bisschen über die Zeit weitergezogen bin, weil ich habe das Gefühl, Social Selling hatte zu sehr die Sales-Dimension drin und weniger die Marketing-Dimension, aber großer Verfechter davon, seine Persönlichkeit eigentlich zu hebeln und darüber zu sprechen. Wir können dem Ganzen ja mal einen Arbeitstitel geben. Dann nennen wir es irgendwie gemeinsamer Nenner-Selling oder sowas. Weil ein ganz krasses Beispiel finde ich auch, mein bisher, oh Gott, jetzt hätte ich fast gesagt erfolgreichster LinkedIn-Post, aber wenn man es mal an Reaktionen und Reichweite misst, dann war das ein Post von 2021. Und ich stand einfach nur an einem Samstagvormittag an meinem Stehtisch und mir hat ein Thema auf der Seele gebrannt. Ich war nämlich einen Tag vorher mit meinem Sohn damals bei der Kinderärztin, der war krank und bin da halt mit ihm zum Arzt und dann, oder in dem Fall zur Ärztin, und dann meinte sie, als wir ins Behandlungszimmer kamen, dass sie das voll gut findet, dass ich meine Frau halt unterstütze und halt mit meinem Sohn zum Arzt gehe. Und es gibt ja immer zwei Eltern, also in meinen Augen ist das halt 50-50 und es ist offenbar aber halt nicht so die allgemeine Sichtweise. Und in diesem LinkedIn-Post habe ich einfach nur geschrieben, der war relativ kurz, das ist halt unser verdammter Job so als Väter. Und wenn selbst von einer Frau kommt, hey, cool, dass Sie Ihre Frau so unterstützen, dann wird das vermutlich auch noch lange in vielen Köpfen so drinbleiben, wenn dieser helfende Charakter in dieser Rolle dann so eine tragende Rolle spielt. Und der hatte über 20.000 Reaktionen, 2 Millionen Impressionen und so weiter, so. Und ich habe, ich kam mit diesem Post nicht hinterher, die Anfragen zu beantworten. Ich habe fast zwei Wochen gebraucht und da kamen auch noch lange über diesen Post Anfragen. Und das war ja ein Post, der hat ja nichts, letztes Mal an deiner Thematik, egal ob Quad, KTM, egal ob du Golf spielst. Die haben eine Gemeinsamkeit da gesehen und das war so die Weltanschauung, verstehst du? Und die haben gesehen in meiner Kurzbeschreibung, direkt unter meinem Namen, das ist ja das Coole an LinkedIn, aber der textet auch noch und der hat eine Sichtweise, die mir gut gefällt. Texte brauche ich gerade eh, dem schreibe ich. Die hatten bis dato sonst nichts anderes von mir gesehen, aber das war für die so eine Connection und haben gesagt, finde ich gut und bevor ich mir jetzt irgendjemanden ins Boot hole, den ich nicht ausstehen kann, dann hole ich mir lieber so jemanden, der da dieses Thema adressiert, was mir selber auch am Herzen liegt. Fertig war es. Das war es. Spannend, ja. Und das ist ja ein Thema, könnte man jetzt sagen, hat auf LinkedIn ja gar nichts verloren, könnte man jetzt meinen, aber finde ich auch Quatsch. Also genau dieses Argument, was auf LinkedIn gehört und was nicht, sobald es ja dein eigenes Marketing ist und Personal Branding, da kannst du posten, was du willst, da kannst du über deine Lieblingstaschentücher aufschreiben, ja. Dann ist es ja dein eigenes Marketing und damit hat es auch einen Businessbezug. Punkt. Auf jeden Fall. Wir haben auch irgendwann mal, ich weiß nicht, ob du mal drüber gestolpert bist, wir haben unserer Content-Strategie so drei Kategorien gegeben. Angefangen sozusagen von Social Content haben wir sozusagen die weiteste Kategorie sozusagen getauft. Also wirklich Themen, die sehr breit sind, aber immer wir sagen den Leuten noch mit Businessbezug irgendwie, ne. Also irgendwie musst du einen Dreh bekommen. Kriegt am meisten Reichweite aus meiner Sicht, sollte man nutzen. Und auch die meisten Leute, glaube ich, nutzen das heute noch nicht für sich. Zweite Kategorie ist Expert Content. Da haben wir einfach getauft, fachliche Inhalte. Zeigt Kompetenz, aber Reichweite damit zu erzielen, ist halt fucking schwierig. Ist aber ein Stück weit so Arbeitsprobe. Du musst halt den Leuten schon zeigen, was du hinter den Kulissen tust. Wenn du nie drüber redest, ist halt ein bisschen boring. Oder können die Leute einfach nicht greifen, was du tust. Und dritte haben wir so ein bisschen für uns auch eingeführt, Idee von Conversion Content. Weil wir einfach bei vielen Leuten beobachtet haben, dass sie auch einfach nie drüber reden, was sie eigentlich tun. Also was ihr Angebot ist. Und dann meinte ich auch so, wie soll jemals irgendwie sich jemand bei dir melden, wenn du nicht einmal irgendwie zumindest alle zwei Wochen in einem Post irgendwie über eine Zusammenarbeit oder so berichtest. Oder wobei du gerade dem Kunden geholfen hast. Und dieses Zusammenspiel ist für uns immens gut aufgegangen. Und ich habe das Gefühl, das hat mir irgendwann auch so immens geholfen, dieser große Block von du musst Content machen. Und es ist aber nur so ein Brei, weil wie du sagst, was hätte dieser Vaterpost jetzt mit einem fachlichen Post zu so schreibst du einen Text zu tun. Diese drei Kategorien haben es aber so greifbar auch für mich gemacht. Ah, ist sozusagen Social Content. Denn wir versuchen einfach nur, Leute in unsere Welt zu bekommen und Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja. Weil ich höre immer dieses Argument so, ja, Reichweite ist nicht alles, Robert. Meistens höre ich das leider von Leuten, die nicht so viel Reichweite haben. Und am Ende kann es dir auch nicht schaden, wenn mehr Leute deinen Namen kennen, als wenig Leute deinen Namen kennen. Also, genau. Wenn du Privatier bist, dann ist Reichweite wahrscheinlich nicht alles. Okay? Dann würde ich die Aussage komplett unterschreiben. Reichweite ist vielleicht nicht alles, aber das ist genauso, wie wenn man sagt, Geld ist nicht alles. Es ist aber halt leider verdammt viel. Ja. Es ist so. Und das hat einen Grund, warum Leute viel Geld für Reichweite, die sie sich erhoffen, bezahlen in Form von Ghostwritern zum Beispiel. Ja. Es hat, es bringt was. Es hilft enorm. Glaubt mir. Also, sich das schönzureden, das ist genau das Gleiche, wie wenn Leute sagen, Aussehen spielt keine Rolle. Doch, tut's. Ich glaube, da darf man ehrlich sein. Ja, muss man auch ehrlich sein, ja. Die Sachen, die du gerade angesprochen hast mit euren drei, ich sag mal, Kernbereichen von Content, die unterschreibe ich alle. Und der Conversion-Content, da würde ich noch ein kleines Aber hinzufügen. Gerne. Dass es drauf ankommt, wie komplex sein Angebot ist. Weil ich als Techstar hab's extrem einfach und das hat man an dem Beispiel gesehen mit dem Ärztinnen-Post und meinem Sohn. Wenn da steht, ich bin Techstar, dann kann man sich was darunter vorstellen. Wenn man jetzt ein Unternehmen ist, die mal zum Beispiel es verdammt nötig hätten, Change-Management bei sich irgendwie reinzuholen, also jemanden, der sie darin coacht und da begleitet, die wissen vielleicht gar nicht, dass das so heißt. Change-Management, ne? So, da gibt's einen großen Erklärungsbedarf erstmal. Ja. Und dann ist so ein Content zum Beispiel viel wichtiger, sag ich jetzt einfach mal, als für jemanden wie mich, der einfach nur, nur in Anführungsstrichen Texter ist. Stimmt, das war das Verrückte bei Farina. Ich weiß es noch, als wir gestartet sind, sozusagen, wir waren auf dem Weg nach Spanien. Und ich glaube, kurz davor sozusagen hat sie gesagt, okay, ich gehe jetzt all in mit dem Textending, ne? Und ich dachte mir so, aus all meiner Erfahrung, der erste Post muss irgendwie knallen, ne? Das muss sozusagen, das muss direkt ein Meisterwerk werden, ne? Ja. Und so Ankündigungen funktionieren ja immer irgendwie gut. Hab gesagt, großartige Neuigkeiten, hab einen neuen Job, ne? Ja. Und im letzten Absatz so ein bisschen erzählt, ich mach jetzt LinkedIn-Texte, ne? Die hatte fünf Terminbuchungen über Calendly über den Post, ne? Hammer. Und ich war so, wirklich, aber es hat so das, was du gerade gesagt hast, hat alles ins Wanken gebracht, weil ich dachte mir so, wie kann ich bei ihr mit einem Post fünf Anfragen generieren, während andere Kunden in sechs Monaten und 50 Posten nicht eine Anfrage hinbekommen? Und ich glaube, ich gebe dir recht, es ist die Komplexität des Angebots oder der Dienstleistung, wo man es als Texter auf der Plattform, wo die Leute sowieso schon sind, natürlich ein recht dankbares Spiel hat. Ja. Aber nichtsdestotrotz sollte man sozusagen versuchen. Ich habe ein schönes Beispiel, eine Designagentur, eine renommierte, mit denen wir zusammengearbeitet haben, die auch so coolsten Sachen machen, ne? Aber wirklich immer das versucht haben zu erklären, was sie tun, ne? Und ich so ein bisschen rausgekitzelt habe, wann melden sich denn Leute bei euch? Also wann kommen denn Interessenten bei euch? Und er meinte, jetzt gerade ein gutes Beispiel, hat sich jemand gemeldet, weil eine Messe anstand und der wollte einen neuen Messestand haben und endlich, dass das wieder alles auf dem neuesten Stand ist. Und das war für mich auch so spannend, weil, hey, das ist ja ein perfekter Conversion-Post eigentlich, zu sagen, Kunde hat veralteten Messestand gehabt, braucht er endlich einen neuen, das haben wir gemacht in dem Projekt, das ist rausgekommen. Cooles Bild dazu mit dem neuen Messestand, fertig. Aber diese einfachen Aufhänger dann zu finden, auch bei dem eigenen Angebot, ne? Also diese simplen Aufhänger, die der Kunde hatte, so, ich brauche Messestand, das dann in Content zu überführen, das funktioniert dann plötzlich auch und das war halt cool zu sehen, ne? Ja, komplett. Es gibt übrigens auch Leute, weil du sagst, es gibt Leute, die dann über, weiß ich nicht, sechs Monate oder so genau das generieren, was Farina in einem Post geschafft hat. Es ist halt so, es gibt zum Beispiel Leute, die sind für Schauspielerei gemacht, es gibt Leute, die sind für die Bühne gemacht, für Fußballstar und hast du nicht gesehen und dann gibt es Leute, die sind für LinkedIn gemacht oder halt auch nicht. Es ist am Ende wirklich eine Ausstrahlungs- und auch Charaktersache, wie du da auftrittst und wie du Zeug kommentierst und was du dich traust zu schreiben. Ja. Das ist witzig. Ich habe auch schon Anfragen abgelehnt, weil ich in den Kennenlernkreuz gemerkt habe, das wird leider nicht funktionieren und dann ist dir als Dienstleister, und das kannst du 100% bestätigen, scheißegal, wie gut bezahlt das gewesen wäre. Wenn dein Job, das muss auch funktionieren am Ende und LinkedIn kannst du, anders als andere Texte, wo dann es von Tracking abhängig ist, viel besser messen als Website-Texte oder sowas oder Slogans. Sind wir halt wirklich vorerst ein paar Monaten draufgekommen. Und cool, dass du das sozusagen, weil es vor, keine Ahnung, sechs bis zwölf Monaten dämmerte es, gab so Kundenfälle, wo wir von unserer Seite wirklich alles getan haben. AC hat reingeguckt, ich habe eingeguckt, die Beraterin hat reingeguckt. Und es war so, wie sagt ein Kumpel immer ein bisschen provokant, du kannst aus dem Esel kein Rennpferd machen. Und es war halt wirklich so, und das habe ich daraus gelernt, wenn man dieses Content-Spiel nicht als erstes geknackt bekommt, wird halt Kundengewinnung darüber auch immens schwierig. Natürlich kannst du demjenigen sagen, ey, Hühner, sechs Stunden pro Tag in Nachrichten rum, aber da hat ja keiner Lust zu. Und deshalb genau das, was du gesagt hast, für mich ist auch Level 1 und deshalb haben wir so einen kleinen LinkedIn-Kurs und Content-Kurs mittlerweile, weil ich sage, ey, du musst eigentlich als erstes guter Content-Creator werden. Zeige ich dir gerne in ein paar Stunden alles, was ich gelernt habe, wie ich jeden viralen Post irgendwie geschrieben habe. Und wenn du das Level gemeistert hast, dann drüber zu reden, wie du wirklich Anfragen bekommen hast oder charmant irgendwie Termine vereinbaren kannst, das ist das leichteste der Welt. Aber genau das, was du gesagt hast, wir haben dann auch rigoros angefangen, Leute abzulehnen, weil ich meinte, ey, ohne es böse zu meinen, aber jemand, der irgendwie noch nie digital was gepostet hat, keine Ahnung, mit Mitte 50 überspitzt, sagt, ich mache mich jetzt selbstständig und jetzt mit seiner Content-Karriere starten will. Ja, schwierig. Schwierig. Und dann habe ich auch gesagt, bei aller Liebe, ich würde die große Summe, die du uns überweisen willst, annehmen, aber ich kann es wirklich nicht guten Gewissens tun, weil ich einfach die Quote kenne, dass es nicht funktionieren wird. Und wir wirklich gesagt haben, sorry, arbeiten wir nicht mehr zusammen. Am Ende würdest du dir ja sogar selber schaden, wenn es dann nicht funktioniert, wie vermutet. Und selbst wenn ein Kunde sagt, ich bin fein damit, aber er wird ja, wenn andere Leute ihn darauf ansprechen oder ihn Fragen auch sagen, hat nicht funktioniert. Und das wird mit dir dann auch assoziiert, wenn du als Dienstleister genannt wirst. Und das war voll die Abwärtsspirale für mich, auch ein Riesen-Learning, was ich gelernt habe, weil wir ein paar Fälle davon hatten und ich wirklich geguckt habe, was die Gemeinsamkeit und ich mir von unserer Seite wenig Vorwürfe machen konnte, wirklich sagen konnte, so ein paar Handgriffe haben irgendwie nicht so gesessen, wie sie hätte sitzen können. Aber am Ende doch, auch gerade bei Dienstleistung, ein anderer Kumpel, der auch Ghostwriter ist, meinte, er hat es mal so schön gesagt, er arbeitet mit keinem Aalen zusammen. Und ich meine so, was meinst du damit? Ja, Robert, ey, wenn Leute schnarchend langweilig sind, dann werde ich auch keinen coolen Content mit denen gezaubert bekommen, ne? Und ich war so, ey, wir haben noch vor einem Jahr den Fehler gemacht, gefühlt mit jedem zusammenzuarbeiten, ohne zu prüfen, ob man was ausdehnt machen kann oder nicht, ne? Und das fällt einem halt echt auf die Füße, ne? Ja, ich habe heute auch Kunden, denen ich zum Beispiel Selfies schicke, Dummy-Selfies vor dem Post. Ja. Damit die ungefähr wissen, wie sie sich inszenieren können. Ja, doch, weil das ist auch sowas. Da hat nicht jeder ein Gefühl dafür, was für ein Foto jetzt passen würde zum Beispiel. Da fängt es oft schon an. Und das kannst du vielen Leuten auch nicht mehr beibringen. Oder ich weiß gar nicht, ne? Das hast du oder hast du nicht? Michael, wenn du noch 20 Minuten hast, würde ich da super gerne bei dir eintauchen. Gerne. Weil, wie sieht so eine Zusammenarbeit mit dir aus? Also ich stelle es mir auf jeden Fall spaßig vor, ne? Aber das, was du gerade beschreibst, auch Gefühl für Bilder und so, was ich da alles gesehen habe, ne? War ich so. Ja. Bitte? Ja. Und das hört sich eigentlich cool an, dass du diesen Schritt so weit gehst und wirklich den Leuten zeigst, wie ein Bild auszusehen hat, ne? Wenn ich jetzt mit dir starten würde, wie kitzelst du Content raus? Wie kommt ihr auf Ideen? Wie sieht so ein Prozess aus? Ja. Ich als Texter, ich habe mich ja auf nichts spezialisiert. Also ich habe tatsächlich eine relativ breite Bandbreite. Ja. War auch ein schönes Wortpaar, die breite Bandbreite. Also eine große Bandbreite, sag ich jetzt mal, das Protokoll. Ich mache viel LinkedIn-Ghostwriting, das stimmt. Ich mache aber ganz viele Websites. Ich mache Werbekampagnen und all das. Und bei mir geht es wie bei allen erstmal mit einem Kennenlern-Call los. Und da merkst du ja oft schon, was haben die Leute schon gemacht? Was haben sie versucht? Wie viel Spielraum haben sie beim Ausprobieren? Gibt es schon einen Voice Guide, also so ein Pamphlet, was quasi so die Sprache vorgibt? Wenn nicht, besteht Interesse, wollen wir das machen? Für Leute, mit denen ihr künftig zusammenarbeitet, ist das ganz cool. Und natürlich auch für das Unternehmen selber all das. Und in der Regel geht es bei mir immer mit einem Workshop los. Je nach Projektgröße, das ist dann im Preis drin. Also das ist nichts, was dann bezahlt ist. Also zum Beispiel, wenn ich für Leute LinkedIn-Ghost schreite, treffe ich mich erstmal mit denen zwei Stunden. Dann will ich die kennenlernen. Was mögen die? Was mögen die nicht? Größte Fuck-Ups, all sowas. Tolle Anekdoten. Einfache Fragen, was fährst du für ein Auto? Ja. Da bin ich wirklich, ja, wirklich. Weil das ist wirklich, das sind so oberflächliche Fragen, aber wenn du dann zum Beispiel, und das wollen meistens Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, so Ghostwriting, wenn dann rauskommt, ist ein Geschäftsführer, hat da halt 2000 Leute unter sich im Prinzip und fährt dann irgendwie, ich übertreibe jetzt mal ein Cinquecento oder so, dann ist das eine Story wert. Ja, ja. Ja, so. Du scannst sozusagen in diesen ersten zwei Stunden, wo sind sozusagen Storys, mit denen man was machen kann. Ja, genau, genau, weil die Leute kommen in der Regel nicht von selber drauf, über was man alles posten darf und kann. Die einfachsten Dinge sind ja oft die interessantesten. Ja. So, und da kämen die niemals drauf und dann muss man die auch dazu ermutigen und sagen, doch, das ist scheiß interessant. Ich habe aber auch das Gefühl, dass wir das nie gelernt haben. Also das ist so verrückt, ich weiß noch, ich war in San Diego, war damals mit drei Kumpels, Tim, Flo und David, die alle recht fit sind. Na, David, zum Beispiel David Blum, der ja auch irgendwann LinkedIn geknackt hat, gefühlt. Und ich meinte auch so, erzählt mal irgendwie, geht mal zurück bis zur Abi-Zeit, schreibt mal irgendwie 30 Geschichten oder so auf. Ja. Haben die darunter geschrieben, haben angefangen zu erzählen und ich so, Alter, das ist ja so auf der Meta-Ebene. Ja, so gefühlt, ich saß im Auto, hatte einen Unfall, war kacke und bin dann wieder nach Hause gekommen, nach drei Tagen Krankenhaus. Und ich habe das Gefühl, dieses so in Bildern zu reden und so, das haben wir, glaube ich, nie gesehen oder gelernt und haben auch nie gelernt, sozusagen so Storys zu bewerten, was ist gut und was schlecht. Und da ist, glaube ich, dann wahrscheinlich so ein Workshop mit dir unglaublich hilfreich, weil du direkt ein Auge hast, was lohnt sich zu erzählen und was nicht. Mhm. Genau. So. Und wenn es um Website-Texte geht, analog, also ist völlig egal. Es geht immer mit einer Bestandsaufnahme los und mit einer Zieldefinition quasi. Und das geht halt nur mit so kleinen Workshops in meinen Augen. Ich texte nie einfach drauf los. Ich muss ja wissen, für wen schreibe ich auch die Texte. Und am Ende muss es nicht dem Kunden, der Kundin gefallen und auch nicht mal mir, sondern es muss der Zielgruppe gefallen. Ja. Und dann sagen die, was weiß ich, Michael, ich will irgendwie ein, ein bis drei Posts pro Woche oder wie läuft das? Also wenn wir nur von LinkedIn reden, dann kriegen die von mir einen Wandel. Das sind dann entweder vier oder acht. Also es gab noch nie einen Wandel, wo ich mehr für Leute getextet habe. Will ich auch nicht, weil damit würde ich mich zu sehr abhängig machen von den Leuten. Ja. Also ihr macht das ja selber auch oder spätestens Farina kann dir dann sagen, wie viel Aufwand das ist. Das, was man am meisten unterschätzt, sind Korrekturschleifen. Die ersten Drafts sind gar nicht mal das Problem, gerade wenn du Ideen hast und Kundinnen und Kunden deine Ideen vorschlägst, dann ist das oft relativ schnell im Verhältnis runtergeschrieben. Aber auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen oder auch bis man die Kunden richtig kennengelernt hat, das dauert dann am längsten. Ja. Ah, das heißt, die buchen sozusagen vier bis acht Posts und du lieferst die sauber ab, inklusive Korrekturschleife oder auch nicht. Und dann haben die Möglichkeit, nochmal nachzubuchen oder auch nicht nachzubuchen. Genau. Das ist ein smartes System. Ja. Ja. In der Regel buchen die dann länger. Also es gibt keine Vertragslaufzeiten, die wenigsten. Ich mache in der Regel keine Retainer, nur mit Unternehmen. Ja. Weil die sagen dann, wenn sie sagen irgendwann mal, ich brauche es jetzt nicht mehr. Und es gibt auch welche, die antworten dann irgendwann auch gar nicht mehr, obwohl es gut lief. Ja. Also die wollen dann nichts mehr. Ja. Gibt es auch. Also du hast Reichweiten generiert, die waren ganz, ganz toll und dann bricht auf einmal der Kontakt ab, kommt nichts mehr. Passiert auch manchmal tatsächlich. Ich glaube, da kann man auch offenbar reden. Ja. Das habe ich auch das Gefühl, dass so Ghosting oder so, dass das echt ein Ding irgendwie geworden ist, ne? Ja, ist ein Ding. Ja, wo ich auch so denke, was passiert da entlang des Weges? Aber ich kann es mir auch vorstellen, auf der anderen Seite, keine Ahnung, so eine Informationsflut heutzutage. Und dann ist man wahrscheinlich so, keine Ahnung, LinkedIn oder so abgeschrieben und macht dann nicht mehr groß was und so. Keine Ahnung, lohnt es sich nicht mehr mit Michael oder so zu reden. Möglich? Aber da verpackt die Leute natürlich was. Machst jetzt du. Aber das ist doch ein cooles. Und das glaube ich, hast du einen Unterschied festgestellt sozusagen. Du hast ja auch, glaube ich, relativ, hast du irgendwie nachverfolgt, wie du auf, du bist ja auf 27.000 Kontakte, glaube ich, so, gewachsen in relativ kurzer Zeit oder nicht, wenn man so zurückschaut. Oder sind das zwei, drei Jährchen jetzt gewesen? Ne, es war schon relativ schnell, tatsächlich. Also es war ja so, ich habe, glaube ich, letzten Oktober oder so war es noch, habe ich 20.000 Follower da geknackt. Und dann war ich jetzt bei 37.000 und dann wurde aufgeräumt bei mir. Ach echt? Mit dem LinkedIn-Algorithmus. Genau, ich habe 10.000 verloren. 10.000? Krass. Ja, ich hatte mal vor einem guten Jahr war das, da habe ich ganz, ganz schnell ganz viele Follower jeden Tag dazu gewonnen, selbst dann, wenn ich nichts gepostet habe. Und bin da auch mit LinkedIn in die Kommunikation gegangen, habe gesagt, schaut mal Leute, ich kriege hier ganz offensichtlich gerade Fake-Follower rein. Das war ein Kost ohne Foto, mit null Kontakten und ja, halt exotischen Namen, sage ich jetzt mal. Und da konnte ich nichts dagegen machen. Und das ging relativ lang, über Wochen, wirklich über Wochen. Und ich würde fast behaupten, weil ich habe nie jemanden gesehen, dem das so passiert ist, dass mir da jemand was Böses wollte damals. Und mir so ein paar Accounts, weil kostet nichts. Ich habe das dann mal gegoogelt, kostet nichts. Crazy. Das ist wirklich, und ich glaube, du kannst dann mit jemandem auch, wenn du willst oder wenn du drauf hoffst, die Reichweite auch kaputt machen. War bei mir dann so wirklich nicht der Fall. Da musst du aber bei jemandem gerüttelt haben, ja. Ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Es ist halt, es reicht manchmal schon die Nase, dass denen die Leute nicht passt oder halt in meinem Fall, wie du vielleicht kommunizierst. Aber das war sehr, sehr auffällig und deswegen war die Zahl auch so groß. Nichtsdestotrotz, ja, ich habe schon auf jeden Fall, jetzt ist mein Account ja clean. Sind es knapp 28k. Ich bin sehr zufrieden. Das ging relativ schnell. Hey, da musst du ein bisschen verraten, weil ich glaube, dass sozusagen zwei Dinge würde mich wahnsinnig interessieren. Was machst du selbst bei LinkedIn aktuell, ne? So wie sieht so, keine Ahnung, deine LinkedIn-Routine oder so aus, ne? Ja. Und was würdest du jemandem empfehlen, der so noch ganz am Anfang irgendwie steht, ne? Also was würdest du sagen, vielleicht auch so das Mindset mit Content irgendwie zu starten, Durchhaltevermögen, irgendwie so wie du daran gegangen bist, weil du wirst ja Content wahrscheinlich einer der größten Hebel gewesen sein für dieses Wachstum, ne? Ja, nur, nur. Okay. Der größte, also der Tipp, den ich, den, so, nochmal von vorne, Michael, atme durch. Der eine Tipp, den ich allen Leuten geben kann, die jetzt neu starten, wäre genau der. Also wenn ihr beispielsweise sagt, ich will nichts Persönliches teilen, das muss ja auch nicht privat sein, aber ich will auch keine Meinungen teilen, ich will nicht, dass die Leute wissen, dass ich Quad fahre, was meine größten Fuck-Ups waren und so, alles fein. Aber wenn ihr euch auf fachlichen Content, Expert-Content, love it, love it, spezialisiert, dann macht das unterhaltsam, in irgendeiner Form. Und wenn das bedeutet, Anekdoten reinzubringen, ja, von Kunden oder dann halt Thema Persönlichkeit, zumindest so ein bisschen oberflächlich eigenes, was euch mal passiert ist, Erfahrungen, die ihr gemacht habt, das muss schon der eigene Anspruch sein, auch da ein bisschen persönlich zu werden. Immerhin ist es ein sehr persönliches Geschäft, wenn die Leute auf euch als Person zukommen sollen. Macht es unterhaltsam. Warum? Weil genau diese Tipp-Posts, wie man besser verkauft, wie man bessere Texte schreibt, egal was, wie du fitter wirst, die sind oft so, ja, wie hat es dein Freund gesagt, wie ein Aal, die kannst du nicht greifen. Du liest die und du weißt am Ende des Tages nicht, von wem die waren oder was genau da drin stand. Das hat bei mir sehr gut funktioniert und ich beobachte das eben auch bei anderen Leuten, dass das sehr gut funktioniert. Gary Vivas, glaube ich, der hat gesagt, wenn man Content teilt, sollte man informativ sein oder unterhaltsam. Ich sage immer, am liebsten beides. Wenn du informativ bist, dann funktioniert es einfach am besten, wenn du das mit einer Prise Humor zum Beispiel oder Spannung oder diese Emotionen einfach wieder reinbringst. Das wäre genau dieser Tipp. Und meine LinkedIn-Routine, ich habe aktuell keine. Ich mache es aktuell sehr stiefmütterlich. Ich habe privat gerade einfach viele Dinge, die extrem viel Spaß machen und extrem viel Zeit erfordern. Deswegen poste ich auch nur einmal die Woche aktuell. Früher war zweimal die Woche Minimum und da habe ich auch gemerkt, da bist du auch schneller gewachsen. Und das ist jetzt aber gerade gar nicht mein Anspruch. Ich fühle mich extrem wohl. Was ich niemals hinten runterfallen lassen würde, und das wäre vielleicht der zweite Tipp, bei anderen Leuten zu kommentieren. Erzähl mal. Hast du eine Liste oder so, oder ist das einfach durch ein Feed gehen und da, wo dir was einfällt? Okay. Aber du kannst mittlerweile auf LinkedIn ja zum Glück die Glocke aktivieren bei Leuten, die du gut findest. Das heißt, du kriegst auf jeden Fall mal eine Benachrichtigung, selbst wenn der Feed dir das nicht anzeigt. Und da zu kommentieren und zu zeigen, du bist da. Und das ist ja auch Content. Das ist ja wie ein Post. Sieht ja dein Netzwerk auch potenziell. Das kostet keine Vorbereitung. Du kriegst die Vorlage. Du kriegst den Ball einfach zugespielt. Und du kannst da, wenn du Glück hast, mit Kommentaren manchmal glänzen, die dann erfolgreicher sind als der Post selber, wenn man es jetzt mal nur an den Reaktionen misst. Ja. Das geht. Es ist gut, dass du das sagst, weil ich das immer wieder gehört habe und auch in den letzten Monaten verstärkt habe und auch das Gefühl habe, dass das ein riesiger Hebel ist, der unterschätzt wird, der sogar viel leichter ist, als irgendwie Content-Meisterwerke zu zaubern. Weil es gibt ja so viele große Leute auf der Plattform, wo man mit einem smarten Kommentar direkt irgendwie unglaublich viel Sichtbarkeit bekommen kann. Ja. Und dass echt wenig Leute irgendwie für sich nutzen. Also verrückt. Ja. Viele Leute, wenn sie Inspiration brauchen, gucken ja, was andere Leute posten. Legitim. Ja. Aber niemand guckt, was Leute, die eine coole Meinung haben oder ein cooles Standing, viel Erfahrung haben, was die kommentieren. Und das würde ich den Leuten mitgeben als Tipp. Schaut mal, was Leute, die wirklich Ahnung haben oder die ihr gut findet, was die so kommentieren. Das kann man ja auch filtern auf LinkedIn. Weil die geben in der Regel immer eine Meinung von sich und nicht einfach nur ein Thumbs-up-Emoji oder so als Kommentar, sondern die ergänzen Posts. Genau, super Posts. Weiter so oder spannend. Nee, die schreiben wirklich was. Ja. Und das ist auch oft eine Inspirationsquelle für mich als Aufhänger zu Posts, weil diese Kommentare eine konträre Meinung oft darstellen zu dem Post, den diese Personen kommentieren. Mhm. Und dann hast du zwei Lager, die du gegenüberstellen kannst. Und das ist ja auch immer cool bei Posts, Sachen nicht immer nur einseitig zu beleuchten, sondern zu sagen, ja, das und das ist cool, aber beachtet Folgendes. Ja. Ey, das ist super gut, weil ich habe das Gefühl, das kann auch so eine super Vorübung sein für eigenen Content, dass man sich erstmal bei den Kommentaren so ein bisschen probiert. Man braucht keine komplizierten Bilder, kommt erstmal so ein bisschen ins Schreiben in das Ganze und probiert das Ganze so nach und nach aus. Ich glaube, das ist das Smarteste, was man irgendwie machen kann. Und auch cool, dass du das in deiner Routine drin hast, weil ich habe das Gefühl, viele sind so vom Tag eins, ich starte jetzt mit Content, das kostet mich schon wahnsinnige Überwindung. Und dann schiebe ich irgendwie meinen Content in LinkedIn rein und hoffe, dass auf magische Weise was passiert. Aber man wirklich auch immer den Leuten sagt, du brauchst halt schon irgendwie fünf bis zehn Verbündete bestenfalls, bei denen du kommentierst, die bei dir kommentieren und man irgendwie so gemeinsam diese Reise geht. Und das hat auch wenig mit irgendwie Pottgruppen oder was da alles Wildes irgendwie gibt zu tun, sondern einfach teilzunehmen bei der Plattform. Und ich glaube, das machen dann auch wenig Leute und es ist cool, dass du das auch mit drin hast. Die Vergleiche mit der Offline-Welt sind immer relativ langweilig und schnell ausgelutscht, aber es ist genau wie in der Offline-Welt. Stell dir vor, jemand, der dir noch nie irgendwas Gutes getan hat, braucht plötzlich die ganze Zeit Hilfe von dir. Umzug helfen, Wohnung streichen, mach mal da die Lampen, helfen wir beim, keine Ahnung. So, das ist wie auf LinkedIn, wenn du was postest. Du hast aber bei den Leuten noch nie kommentiert und dann willst du von denen oder wünschst dir von denen, dass die bei dir vorbeischauen, Kommentar da lassen. Ja. Es funktioniert einfach viel über diese Zwischenmenschlichkeit dort. Wir sind auch dort noch Menschen. Aber es ist für mich, ich habe das Gefühl, so digital haben die Leute alles vergessen, was sie analog gelernt haben. Auch gerade heute einen Workshop gehalten zum Thema Termine vereinbaren. Ja. Also Robert, ich tue mir so schwer zu pitchen in den Nachrichten. Und ich so, Alter, du musst erst mal einen Smalltalk hinbekommen, bevor wir darüber reden, dass du jeweils pitchst. Ah, echt? Ich muss erst mal mit den Leuten ins Gespräch kommen. Und ich so, Alter, wenn du beim Buffet stehst und der hat eine witzige Krawatte, wird sie auch nicht sagen, wollen wir vielleicht zusammenarbeiten, sondern ihm ein Kompliment vielleicht zu seiner Krawatte machen. Genau. Ah, und ich pizze. Ja? Ja. Auf einer Messe machst du doch auch einen Icebreaker, oder? Wenn du auf dem Messestand stehst und dann läuft jemand vorbei, der deinen Messestand neugierig beäugt. Du siehst, die Person hat Kaffee in der Hand. Dann sagst du doch auch nicht, wollen sie sich mal unsere Produkte ansehen? Sondern dann sagst du, na, Kaffee schmeckt ganz schön scheiße hier, oder? Oder keine Ahnung. Ja, dann suchst du doch auch erst mal. Ja, und ich denke, ja, das vergessen wirklich viele, weil die Hemmschwelle, oder das ist halt einfach so schön, da direkt loszupitchen, aber es ist halt komplett der falsche Weg. Weil du sagst, Workshop, ich hatte auch einen Kunden, der hat alles mit Copy-Paste immer dieselbe Nachricht an alle neuen Kontakte verschickt. Hat sich gewundert, dass es nicht funktioniert. Und dann habe ich halt auch zu ihm gesagt, genau, warum machst du nicht lieber ein Drittel? Weil du machst ja eh sehr viel. Der hat mir das gezeigt, wie viele Nachrichten. Es waren sauviele. Ich habe gesagt, warum machst du nicht lieber einen Bruchteil davon? Und nimmst dir dafür mehr Zeit für die Qualität deiner Nachrichten. Sprich, einfach mal mit den Leuten reden. So wie du das jetzt gesagt hast. Und sein erster Antwort war, hat er ja keine Zeit? Da habe ich gesagt, dann schraub doch das Pensum einfach runter. Mach es nicht bei jedem. Ja. Und dann war halt die Antwort so, ja, dann schauen wir mal. Aber dann kannst du den Leuten auch nicht mehr helfen, wenn sie es halt nicht annehmen wollen. Aber dann dürfen sie sich auch nicht beklagen. Dann dürfen sie nicht. Und ich glaube, da ist wirklich sehr was in unserem Menschen auch drin. Ich glaube, der Körper versucht so viele Sachen wie möglich in Routinen zu überführen, wo er nicht mehr denken muss. Wie, was weiß ich, Schuhe binden und Zahnpasten, all sowas. Weil ich mich auch immer gefragt habe, warum machen die Leute nicht fünf Nachrichten, wo man ein bisschen denken muss, sondern sofort 100 Copy-Paste-Nachrichten. Und ich glaube, wenn du das als Umfrage machen würdest, würden die Leute, wenn sie ehrlich sind, wahrscheinlich 95 Prozent sagen, ich mache lieber 100 stumpfe Copy-Paste-Nachrichten, als fünf Nachrichten, wo ich mir einen Kopf machen muss. Weil ich glaube, der Körper und der Kopf ist einfach faul. Wir sind auf Bequemlichkeit irgendwie programmiert. Und dann ist Copy-Paste immer leichter. Aber auch diese Übung heute gemacht, ein paar Profile angeguckt, direkt Aufhänger gefunden und die so, ah, das ist ja doch wie in der analogen Welt. Man kann ja wirklich einfach ins Gespräch kommen und an anderen Menschen Interesse haben. Und schon ist es so, boom. Mind blown. Ja, wirklich, ey. Ja, ey, super witzig. Michael, mein Lieber, wenn man sozusagen hier das Interview heute gefeiert hat und sagt, der Typ scheint ja ganz in Ordnung zu sein und coole Arbeit zu machen, ne? Wo muss man denn dann hin? Wo steigt man am bestenfalls in deine Welt ein? Und wie meldet man sich? Oder stellt eine Angebotsaufforderung bei dir ein? Eine Angebotsaufforderung? Ey, das wäre so witzig. Also alle Leute, die das Interview hören und sich bei mich melden, bitte mit dem Stichwort Angebotsaufforderung, ne? Das habe ich heute mitgenommen. Hat mir gut gefallen, ne? Also, wir wollen mich finden. Danke für diese kleine Bühne am Ende. Wahrscheinlich geht einfach auf meine Website super-storytelling.de. Da gibt es dann auch die Links zu all meinen Kanälen. Da findet man mich auf LinkedIn, Instagram, wo auch immer. Perfekt. Michael, das war mir eine große Ehre. Vielen Dank dir, dass du dir Zeit genommen hast. Ich danke dir wirklich. Ich habe nur gegrinst. Man hört es ja nicht. Vielleicht ein bisschen. Ich hatte viel Spaß jetzt. Danke. War cool. Perfekt. Ich habe es ja nicht. Ich habe es ja nicht.